Herzlich Willkommen zu einem neuen Lernvideo. Heute beschäftigen wir uns mit dem Skizzieren von Funktionen anhand der Ableitung. Wir haben bisher schon doch einiges gelernt zur Differenzialrechnung, beispielsweise wie man Wendepunkte bestimmt, wie man das Krümmungsverhalten bestimmt, wie man die Monotonie bestimmt und wie man Extrempunkte bestimmt. Heute benötigen wir zwei Sachen. Wir benötigen das Wissen, wie man Extrempunkte bestimmt und wie man bestimmt, welches Monotonieverhalten die Funktion hoher aufweist. Solltet ihr euch hier noch ein bisschen unsicher sein, schaut euch nochmal das Wissen zum Bestimmen von Extrempunkten an und zum Bestimmen des Monotonieverhaltens. Wir denken gleich mit einem Beispiel los. Also heute nicht so viel Theorie, das war schon an Theorie. Beispiel. Unser Beispiel, was wir betrachten wollen, also unsere Beispielfunktion, lautet wie folgt. f von x ist gleich x hoch 3 minus 3x² plus 5. Diese Funktion wollen wir eben versuchen zu zeichnen. Die Funktion wird euch wahrscheinlich schon bekannt vorkommen. Sie ist nämlich aus dem Kapitel Untersuchung des Monotonieverhaltens einer Funktion. Wir haben die dann hier schon durchgerechnete Funktion. Das heißt, die Extrempunkte bestimmt und wo sie welches Monotonieverhalten aufweist. Das heißt, die Werte sind schon bekannt. Solltet ihr nicht nur wissen, wie es gerechnet wird, schaut euch nochmal das Video an. Ich werde jetzt nur die Ergebnisse aufschreiben. Die Ergebnisse lauten damals wie folgt. Unsere Extremstellen waren bei x ist 0 und bei x1 meinetwegen und bei x2 ist 2. Das Monotonieverhalten, welches wir damals bestimmt haben, dann kommen wir zuerst nach, wo die Extrempunkte dann auch wirklich liegen, also dass man auch die Punkte bestimmen kann. Jetzt haben wir ja die Stellen. Also die Punkte können wir bestimmen, indem wir in die Funktion f0 einsetzen, erhalten wir 5 und indem wir in die Funktion f2 einsetzen. Hier erhalten wir dann 1. Das heißt, unsere Extrempunkte sind Der Extrempunkt 1 liegt bei 0,5 Der Extrempunkt 2 liegt bei 2,1 Damit hätten wir mal die Extrempunkte bestimmt. Nun, bereits zum so vorangesprochenen Monotonieverhalten. Wir wissen, dass die Funktion im Intervall von Minusunendlich bis x1 Monoton steigend ist. Sogar streng Monoton steigend. Es ist übrigens eine Geschmackssache, ob man bis x1 jetzt dazu nimmt oder nicht. Hier nehme ich es jetzt dazu. Wenn ihr euch noch an das letzte Video erinnern könnt, habe ich dann eine runde Klammer gemacht. Das heißt, das x1 hat nicht dazu gehört. Also man kann sagen, es ist bis x1 streng Monoton steigend auf diesem Intervall. Es ist sogar sauberer irgendwo. Und im Intervall von x1 bis x2 Wichtig ist dann nur, bei Bestimmung des Monotonieverhaltens, dass man wirklich einen Wert aus dem Inneren des Intervalls will. Also nicht einen Randpunkt. Also nicht x1 oder x2 in diesem Fall. Sondern irgendwas dazwischen. Hier ist die Funktion streng Monoton fallend, wie wir noch wissen. Und von x2 bis unendlich ist die Funktion wiederum streng Monoton steigend. Kommen wir nun zur Skizzierung der Funktion. Die Informationen haben wir bereits hier schon berechnet, wie ihr vorher gesehen habt. Hier habe ich jetzt schon ein Koordinatensystem vorbereitet. und habe mal die wichtigen Punkte, da kämen wir uns einerseits kein wichtiger Punkt, aber mal 1, 2 und 5 eingezeichnet. Denn wir wissen ja, dass bei 0,5 unser Extremum Nummer 1 liegt. Unser E1. Bei 2,1 liegt unser zweites Extremum. Unser Extremum E2. Um auch mal sicher zu gehen, verwenden wir das Lineal. Also hier bei E2 ist nochmal ein interessanter Punkt. Und wir wissen eben auch, dass Monotonie verhalten. Wir wissen, dass vor dem Punkt E1 die Funktion Monoton steigt, dass sie zwischen E1 und E2 Monoton fällt und dass sie nach E2 wieder Monoton steigt. Natürlich ist das jetzt nur eine Skizze einer Funktion. Um es wirklich gut zu zeichnen, müsste man Zwischenpunkte etc. berechnen. Eine Möglichkeit, um noch etwas genauer zu sein, wäre, eventuell die Nullstellen zu berechnen. Wenn man die Nullstellen berechnet, sieht man, dass man kurz nach Minus 1 eine Nullstelle hat. Also versuchen wir mal, unsere Funktion hier knapp durchzuzeichnen, um sie möglichst genau hinzubringen. Fällt ganz steil ab. Das ist nämlich nicht schön gezeichnet, ein bisschen verwackelt. Und bei E2 ist dann eben der Punkt, wo ein Lokal ist. Minimum erreicht wird. Also, so ist ein lokales Minimum immer erreicht wird. Oder ein Minus 1, der Minima erreicht wird. Und nach E2 geht es dann wieder bergauf. Die Funktion sieht dann circa so aus. Eben wie schon gesagt, es ist nur eine Skizze einer Funktion, aber ihr seht, dass man mit den Informationen, welche wir hier gewonnen haben, schon durchaus eben eine Skizze anfertigen kann, damit man eben eine Idee der Funktion hat. Hier soll es noch ein bisschen steiler sein, hat nicht so ein Schlaufe im Schluss. Dieses Lernvideo war nun mal etwas kürzer zur Abwechslung. Wie immer hoffe ich, dass es lehrreich war und dass wir uns im nächsten Video wiederhören. Bis dann!